Guten Morgen! Na, mal gucken, was der Tag heute so bringt. Keine Ahnung. Kinder sind schon in der Schule. Maris ist schon im Kindergarten. Maris hat zu Mama gesagt, er möchte heute als erstes abgeholt werden. Heute war er ein bisschen traurig. Ja, wir sind jetzt hier ganz alleine, Tanja und ich. Tanja ist duschen und ich werde mich jetzt ein bisschen an den Rechner machen. Ist ja schon wieder ein bisschen was da zum Schneiden und zum Bearbeiten und naja. Mal gucken, was wir heute. Aber einkaufen gehen wir heute bestimmt noch. Ja, ist ja jetzt nur noch heute. Was haben wir denn heute Mittwoch? Nur noch morgen und Freitag war ich ja schon wieder nach Berlin zu Jasmin. Ja, so sieht's mal aus. Hä? Ja? Hallo? Hallo, Gabi. Guck mal auf den Bildschirm. Was? Was ist los? Ja, ich wollte dir was zeigen. Hä? Komm mal raus. Was ist das denn? Guck mal auf den Bildschirm. Ahaha, Tanja, Sven ist hier. Ich komme. Hier, Tanja. Was hat er denn, was hat er denn da gezeigt? Da ist er jetzt kriegen. Alter, der ist hier. Das gibt's doch gar nicht. Ey, der ist wirklich, hier. Was machst du denn hier? Das ist ja lieb. Alter, das gibt's ja gar nicht. Was machst du denn hier? Bist du alleine hier? Ja, leider. Komm kurz rein. Ich muss mich wenigstens mal ein bisschen anziehen. Das gibt's doch gar nicht. Ja, die wollte mit mir einkaufen gehen. Alter, die hat mich angelogen. Na, warte. Alter, schweb. Tanja? Dein Mann hat gut mitgespielt. Komm rein. Ey, du hast mich angelogen. Was? Ich wundere mich, warum die hier noch steht und Speck brät. Alter, das gibt's ja wohl nicht. Komm ruhig rein. Hi. Hallo. Da kommt der hier aus Göttingen her? Das sag mal. Ihr kennt euch ja schon, ne? Das gibt's doch gar nicht. Habt ihr jetzt gefahren? Drei Stunden? Wow. Gibt gut. Kein Staub, kein Problem. Unglaublich. Unglaublich. Leute, ich muss erst mal Schluss machen. Jetzt bin ich erst mal geschockt. So, das ist jetzt hier speziell für Sven, seine Schwester. Wie heißt sie? Sonja. Sonja, richtig. So, guck mal, wo Sven jetzt ist. Geh mal da rüber. So, da kannst du mal gucken. Guck mal hier. So, ja, das ist extra für dich, Sonja. Diese Sequenz hier werde ich dem Sven nachher gleich per Handy schicken. Jetzt fahren wir beide nach Hamburg. Der hat mich voll überrascht. Der hat mich voll auf dem linken Bein erwischt. Jawohl. So, dann viele Grüße von uns. Tschüss. 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 WhatsApp. Und jetzt gehen wir raus. Ja, ihr habt das ja mitbekommen, Leute. Der Sven hat mich oder besucht mich. Extra aus Göttingen gekommen. Drei Stunden Fahrt. Und ich war völlig überrascht. Völlig perplex. So, und jetzt fahren wir. Keine Ahnung. Irgendwohin. Moin. Wir werden uns mal überraschen lassen. Ja, da steht auch im Amarok. Und guck mal, Sven hat sogar einen Parkplatz gefunden. Ja, ja. Das ist ja ein Ding. Guck mal hier, Mattis Felgen. Ja, auf dem schwarzen Auto vielleicht. Ne, ich warte, bis du weiter rausgefahren bist. Ja, dann, ähm, ich muss das alles erst eingeben. Willst du, wenn du zu mir kommst? Ja, kannst du ja machen. Aber das Gute wäre vielleicht, dass du meine Handtasche mal darüber stellst auf den Boden. Ja, ich muss das mal aufräumen. Nur die Handtasche. Genau. So, jetzt muss er erst mal im Navi da alles eingeben. Und ich denke mal, es geht so Richtung Hamburg jetzt. Und, äh, ja. Unglaublich. Da sieht er mich auch. Haha. So. Ja, das ist ja echt ein Ding, Mensch. Natürlich auch mal Grüße an Julia. So. Sven, dann guck doch mal für deine Frau. Hallo, mein Schatz. Ich bin da. Ja, sie konnte leider nicht auf die Schnelle sich nochmal freinehmen für heute. Das war auch sehr spontan, was der Sven da gemacht hat. Korrekt. Ah, er muss morgen wieder arbeiten. Hat er heute halt noch frei. Und, ja. Aber trotzdem, ne? Grüße an Julia. Und wir hören uns ja eh. Auch privat. Haha. So, jetzt geht's mal los. Und schon sind wir in Hamburg. Äh, Mönchebachstraße. Möncheberg. Möncheberg. Mönche, Mönchebach. Mönche, Möncheberg. So. Und Sven sucht da jetzt irgendwas wegen Lego? Nö, ich hab nur eine Nachricht geschickt. Eigentlich da Richtung Bahnhof. Richtung Bahnhof. Ja. Dann wollen wir mal hinlaufen. Er will zum Lego Store. Er ist doch unser Lego Mann. Er möchte. Er möchte. Er möchte. Nee, der will. Wenn er hier ist, will er auch zu Lego gehen. Ich will er auch. Ich will er auch. Genau, los. Wir gehen jetzt zu Lego. Damit er seinen Willen kriegt. Haha. Du musst aber bezahlen. Das weißt du, ne? Ich muss bezahlen. Für sein Lego. Ja. Ich weiß nicht, von was er sonst träumt. Guck mal hier. UPS. Ja. Es gibt schon solche und es gibt solche. Ne? So ist es. Was ist das da? Noch eine Kirche? Ein Dom? Kirchen gibt's hier wie Sand am Meer. Ja, Kirchen gibt's hier wirklich viel. Das stimmt. Ja, so sieht's aus. Oh, Kinder. Es ist wirklich frisch. Ich dachte gerade, das war bedurftes Klopapier. Ach so. Ja, so. 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 Okay. Was hat er da gesagt? So. Jetzt sind wir im Lego Store. Oder gleich im Lego Store. Der Sven wollte da unbedingt hin. Das ist ein absoluter absoluter Lego Bauer. Ich werde ihn mal bitten, dass er mir mal ein paar Bilder schickt. Und dann werde ich die mal hier mit reinsetzen, dass er mal sehen könnt, was er so baut. Können ruhig durchgehen. Alter Schwede. Das ist auch Lego? Ja. Das ist Lego Technik. Solche Riesenteile? Das ist Lego Technik. Das ist noch der Kleine. Oh Gott. Da gibt's auch einen größeren Aufwand. Und was hast du jetzt gekauft? Zwei Nescaf. Aha. Zwei? Warum zwei? Weil ich einen umbaue. Einen baue ich original, einen baue ich um. Und das ist das, was du noch gesucht hast, ja? Das ist genau das, was mir noch fehlt jetzt, ja. Ah, okay. Ja. Die gibt's nämlich im Laden noch nicht zu kaufen. Die kriegst du da im Legos drauf. Na siehst du, dann ist es doch ganz passend, dass du mich besucht hast. Hier, das ist das, das hat Juri. Ja, das habe ich gesehen. Das hast du hier zu Weihnachten geschenkt, ne? Das habe ich hier zu Weihnachten geschenkt. Das hat Mama und Papa hier geschenkt. Das haben wir jetzt noch gekauft. Das hat sie geschenkt. Harry Potter. Die Kutsche hier vom Fantastic Mees hat's auch. Hier unten siehst du so. Ja, ja. Das haben wir ja zu Hause so stehen. Cool. Aber ich meine, das sind auch ganz schöne Preise, ne? Und das da unten, die sie noch haben. Ja, genau. Für 400 Euro. Ja. Aber guck mal hier, was das für ein Karton ist. Ja, ja, das ist diese Burg, ne? Wo sie da... Das ist ja das... Hogwarts. Da sagt man ja... Hogwarts Castle. Hogwarts Castle. Da steht Hogwarts Castle. Richtig. Alter Schwede. Na, die hier gehen ja noch. 69, also 70 und da für 50. So was ist ja noch vertretbar. Aber 400? Alter. Ja, und 6000 Teile. Ja. Jetzt hat er sogar gefunden, was er wollte. Hier könnt ihr noch mal so ein paar Lego-Teile haben. In allen Farben, was ihr euch so vorstellen könnt hier. Alter Schwede. Ja. Das ist schön. Nein. Ja. Vielen Dank. Ja, ich kann schon bezahlen quasi. Gut. Ich finde schon Deutsch. Hier ist San Francisco und Las Vegas. Ja. Oh ja, Stratosphere. Guckt mal. Mit dem Stratosphere. Das ist ja gut. Da kann ich sagen, da war ich schon in jedem Gebäude drin. Ja. Aber da nicht, aber da nicht. Hast du nur von Weitem gesehen? Richtig. Mit Dillobjektiv angesucht. Schön. So. Ander Alster. War gestern schon. Jetzt bin ich nochmal hier. Ja, und es ist ganz schön kalt, muss ich euch mal sagen. Sven nicht. Der ist... Ich schwitze. Der, ja. Naja, schwitzen wird er jetzt auch nicht gerade, aber... Das dauert, fehlt nicht viel. Aber es ist ganz schön frisch. Also, ohne meine dicke Jacke hätte ich jetzt gefroren. Definitiv. Definitiv. Ja, jetzt werden wir mal gucken, dass wir irgendwo was zu essen kriegen. Sven hat auch Hunger. Ja, aber essen würde ich auch was. Na, hinten ist wieder Apple. Da waren wir ja auch mit den Kindern da gestern. Ja, jetzt weiß ich nicht, wo wir hingehen zum Essen. Ja, das weiß ich gar noch nicht. Das muss... Das hat sie dir ja aussuchen. Mir ist das... Omi. Mir ist das egal. Ist du da drüben? Siehst du den großen Apfel? Ja, das hast du schon gesehen. Achso, gut. Da drüben. Da ist der riesen Apfel. An der Tür, über der Tür. Ja, da leuchtet er. Seht ihr? Da. So. Ah, das war so krass. So, die Gämpfe. Ja. Das ist gut. Danke. Das ist gut. Hier ist der Sprinkenhof und das Schielehaus. So mittendrin. Molenhof. Mittendrin in Hamburg. Und der Sven ist auch noch da? Ja. Wir wollen jetzt in ein Restaurant gehen, wo wir ein Schnitzel bekommen. Wir haben beide Appetit auf Schnitzel. Ja. Aber total. Ja. Und ich bin mir sicher, Sven isst bestimmt eins mit Spiegeleier. Ja. Auch das. Ein Hamburger Schnitzel. Ja, isst Punk auch gerne. Ja, das ist... Das haben wir so. Ist ja auch gerne stramm. Ja, aber... Sven... Du kannst ja frühestern. Sven sein Essen kann ja mal. Gefilmt werden. Ja. Oder meins. Schnitzel. Radkartoffeln. Und natürlich Salat. Guten Hunger. Ja. So Leute. Hier in dem Restaurant waren wir eben essen. Und das war so lecker. War es Sven? Oh ja. Das war fantastisch. Das war richtig lecker. Total geil. Schnitzel, Bratkartoffeln. Wirklich, wie man sich das so vorstellt. Boah. Lecker. Kann man echt nicht mehr. Guck mal hier. Ofenkartoffeln. Wir sind immer noch in Hamburg unterwegs. Zeit Hamburg. Die Zeit. Zeitung. Also. Ja. Ist richtig schön hier. Du brauchst nicht aus dem Bild gehen. Die Leute können dich ruhig sehen. Die können mich auch sehen. Hier ist eine. Ich wollte dir das Bild nicht ruhig machen. Ach Quatsch. Eine schöne große Kirche. Ja. Muss man mal sagen. Falls es wen interessiert, das ist die Petrikirche. Steht auf dem Klingelknapp. Also ihr habt es gehört. Die Petrikirche. Die ist wirklich nicht klein. Also definitiv. Ja. Hier Hamburg ist schon schön. Also viele schöne Ecken hier. Okay. Auf Klingelknapp die Hauptkirche. Sankt Petri. Na ja. Ich weiß. Ich weiß. Ich weiß. Jetzt haben wir uns als Tourist zu erkennen. Ist aber ganz schön. Ist auch nicht klein. Das Rathaus. Das alte. Ist es denn immer noch als solches im Betrieb? Weißt du das? Jetzt gerade aktuell nicht. Nee, weiß ich nicht. Müssten wir googeln. Schön. Hier ist dieser große Platz. Hier waren wir auch schon oft mit den Kindern. Die Königin ist nicht zu Hause. Hier die Bäume fand ich so witzig. Ja. Sie sehen gut aus. Ja. Hat schon was. So. Jetzt sind wir nochmal am Rathaus. Von der anderen Seite. Von der Frontseite. Ja. Schickes, altes Gebäude. Das ist so groß. Das klingt gar nicht drauf. Ja. Ich auch nicht. Das ist aber auch wirklich ein schöner Platz hier. Sieht ein bisschen aus wie in Venedig. Ja. Der ärgert die Tauben da. Ja. Ja. Die Sonne kommt auch raus. Meinen schönen Tag erwischt. Er läuft da unten. Danke, sag mal. Und ich hier oben. Ja. Aber war ein recht schöner Tag, oder? Ja. Und jetzt in der Stunde, so ungefähr, wir werden uns jetzt noch irgendwo hinsetzen, noch einen Espresso trinken oder einen Kaffee. Ne Espresso, ne? Was ist denn mit dem Eis? Und ein Eis? Vergisst du mal das Eis? Ja. Ja. Espresso hast du da schon gehabt? Ja, das macht ja nichts. Ich schaffe auch zwei Espresso. Ja. Er hat ja gleich einen doppelten getrunken. Ja, ja. Aber, ähm, ja, Eis weiß ich nicht so jetzt nach dem Essen. Also Espresso auf jeden Fall. So. Ja, mal gucken. Was ist denn mit dem Fasching-Geld gegen meinen Sinn? Ja. Weil sie hätte das gerne zum Fasching für die Kostüme. Und auch für die Kostüme. Ne, nein. Weil sich Mara hat Schuhe gekauft, wo ein ganz kleiner Hacken dran ist. Dreh mal zur Seite. Ein kleiner. Und das kann Tanja überhaupt nicht verstehen. Ich bin das toll. Ne. Mara freut sich und... Ich kann das überhaupt nicht sagen. Tanja ärgert sich darüber. Aber, aber volle Granate. Also, ich finde das ist bei einem 24 Euro Geldverschein. Drei Sachen. So. Ich habe hier sowas Schönes gekriegt für einen Franky. Ja, der ist eh geschnackt. Und ja, mein Zeug habe ich auch bekommen. Was ich mir noch kaufen wollte. Für so ein bisschen Make-up. Das ist ein bisschen rote Flecken oder so im Gesicht. Marleen sitzt vorne. Ja. Die ziehe ich gleich an der Haare da vorne raus. Kann ich. Was? Die hat sich gecheckt. Ja, ja. Mann, riecht das hier jetzt nach Knoblauch. Wieso? Keine Ahnung. Riechst du das nicht? Hier eben. Alter, kam eine Knoblauchsoße hoch da. Weg, Mara. Da kommt sie wieder. Oh, hast du nicht mitgekriegt, dass die Oma dabei ist? Auf der Seite. Dann geh doch rüber, Mara. Ist doch egal. Komm. Ist kein Grund zum Streiten. Was machst du da? Sag mal, ich sitze bequem, ne? Marleen geht doch schon rüber. Ist doch schon drüben. Keine Panik, Kinder. Kannst du da jetzt? Alter. Jetzt rieche ich das schon wieder. Ja, stimmt. Alter. Knoblauch ohne Ende. Immer wenn die Tür da aufgeht. Kommt da so ein Knoblauch. Die da geradeaus. Aber da ist gar nichts. Aber da ist, da kommt das Haus. Die warten auf dich oder warten Taxi? Das kann ich mir nicht vorstellen. So, auf jeden Fall sind wir jetzt wieder auf dem Weg nach Hause. So, Leute. Feierabend, wir sind zu Hause, wir sind angekommen. Alles gut, alles schön. Darf ich euch mal was zeigen, wie es aussieht, wenn man seine Oma massiert? So sieht das aus. Genau so. Und so sieht es aus, wenn eine Mama kriegt. Das haben die jetzt nicht verstanden. Das heißt, hier. Nicht so schnell. Ja. Das ist Geld. Und für was hast du dieses Geld bekommen? Ich habe Oma massiert. Genau. Sie massiert mir immer den Nacken. Und dafür kriegt sie Geld. Ja, immer 10 Minuten für euch. Genau. Sein Becher? Der war unten im Wagen drin. Den habe ich dir in der Hand gegeben, als wir zusammengeklappt haben. So. Ich sage immer Tschüss für heute. Tschüss Marleen. Tschüss Tanja. Tschüss Marleen.